So, und damit willkommen zurück zur Lumberjacks Dynasty. Gute Arbeit, vielen Dank. In dieser Folge machen wir mal wieder ein paar tägliche Quests. Sprich, wir gucken mal... Reparaturauftrag... Schaf finden? Ja, oder... Ja, erst Schaf finden. Ähm, das... Wo, wo, wo? Da drüben. Wir fahren querfeldein. Für was haben wir denn nen Buggy? Oh. Wer rennt hier rum? Wo's? Wo willst du hin? Äh... Kannst du mir helfen, mein Schaf zu finden? Ich fürchte, sie hat sich verirrt. Äh, klar. Sicher, kein Problem. 50 Euro. So, dann gucken wir mal kurz. Uhrzeit 17 Uhr 23. Ähm... In diese Richtung. Ähm... Da ist ein fetter Berg im Weg. Wir... Hoffen wir einfach mal, dass das eine gute Spur hier ist. Vielleicht findet man noch ein paar Kräuter nebenbei. Oder nebenher. Wie sagt man? Nebenbei? Nebenher. Ich glaube, nebenher. Das war ein Stursch. Pilze, Pilze, keiner will. Ah, das muss... Oh. Das... Mondbeere. Oh, noch mehr. Noch mehr Mondbeere. Und wäre... Ah, ich sehe schon, das ist ein Stursch. Aber... Sonnenschweif bekommen. Hm. Na gut, dann diese Richtung. Oh Gott. Das scheint alles sehr weit weg zu sein. Hm. Wobei... Hier... Könnte der... Berg nicht ganz... Ah, doch. Relativ hoch. Hm. Dann erst mal hier lang. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. Scharf, scharf. Ah. Schon wieder ein Stursch. Oh. Aber... Hm. Fuchs-Uhr. Fuchs-Rohr. Fuchs-Uhr. Fuchs-Uhr. Hm. Da ist es doch. Ähm. Wop. 300 Meter, das ist okay. Dann als nächstes der Reparaturauftrag und ich glaube, dann war noch irgendwo einmal scharf suchen angesagt. Wenn der Reparaturauftrag jetzt nicht zu krass ist, müsste man das alles in dieser Folge schaffen. Du hast mein Schaf gerettet. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja. Ja, bitte sehr. Ähm, kurz hier umstellen. So, ich darf doch durch deine Blumen durchfahren. Dankeschön. Danke. Ja. Ja. Jonathan. Hier sind doch Schafe. Achso, nee. Du hast ja Reparaturauftrag. Schon wieder vergessen. Hi. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ich suche Arbeit. Hast du welche? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich brauche qualifizierte Hilfe, um das Gebäude zu reparieren. Willst du das für mich erledigen? Welches denn? 320? Sicher, kein Problem. Kann nur ein Hühnerstall sein. Ja. Ich habe da was ganz anderes gehört. Jawohl. Okay. Jeder weiß Bescheid. Du weißt, dass er zu viel redet. Wer redet zu viel? Ich kann mich nicht so viel kümmern. Hm. Erinnere mich bloß nicht daran. Können wir etwas dagegen tun? Ihr könntet auch mal ein bisschen Unkraut schnibbeln hier, Leute. Ekelhaft. Ekelhaft. Jeder hat schon davon gesprochen. Oh. Anna, hast du gerade die Hühner gefüttert? Hallo. Gut, dich zu sehen. Ein bisschen flirten. Meine Dame, lass mich dir sagen, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Oh, das ist so schön zu hören. Danke. Hm, bitte sehr. Jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Nein. Nicht mit dem lauten... Gerümpel. Er kann es einfach nicht für sich behalten. Öffnen. Oh, hier am... Dach ist auch einiges. Im Aken. Dann kommen wir sogar von unten ran. Oh Gott. Spring. Spring. Die schönen Hühnernester hier alle kaputt. Dach, Dach, Dach. Da oben. Wo sollte auch sonst das Dach sein? Ähm. Ah. Komm, machen wir noch einen Zaun. Vielleicht reicht das schon. So. Äh. Kaleb? Was, Kaleb? Ne, Jonathan. Äh. Wo versteckst du dich? Da hinten. Oh, da ist noch ein Mädel. Ganz übersehen. Gut gemacht. Danke. Äh. Bitte sehr. Okay, das ging schnell. Audrey. Hi. Hi. Ich will nur sagen, du siehst sehr hübsch aus. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu sehen. Oh, danke. So nett von dir. Ja. So. Gucken wir mal. 18 Uhr 16. Wir stopfen uns. Eine Grillwurst. In den Hals. So. Bis ich mit dem Auto da unten bin. Wir markieren den. Und fahren mit dem Bus. Hast du schon eine Wurst bekommen? Ja. Ab zur Bushaltestelle. Das könnte knapp werden. Aber. Müssten wir. Vor Einbruch der Dunkelheit schaffen. Sammeln wir mal halt ein bisschen Heu noch. So. Bitte lass das Schaf nicht. Oh Gott, hier wird viel gequatscht. Ähm, Mädel. Tja, schwer zu... Hi. Hi. Erstmal alle an... Anflirten. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu sehen. Oh, danke. So nett von dir. Den Spruch hatten wir gerade schon gepfragt. Was ist denn hier von Volksaufstand? Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. So. Hallo. Schön, dich zu sehen. Annette. Meine Dame, lass mich dir sagen, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Oh, danke. So nett von dir. So. Hi. Laura. Äh, nee, Luna. Wie kannst du nur die ganze Zeit so gut aussehen? Danke. Du bist auch nicht so übel. Okay, so. Und jetzt Steve schloss den Auftrag. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Kannst du mir helfen, mein Schaf zu finden? Ich fürchte, sie hat sich verirrt. Sie. Klar. Sicher, kein Problem. 50 Euro. Wirklich? Das ist interessant. So. Tja, irgendwer musste es ja tun. Flachland. Bitte lass es mal vor den Bergen sein. Nice. Natürlich über die Berge drüber. Und am Ende ist es wieder nur ein Stursch. Das sieht nach Stursch aus. Oh, Kräuter. Gut. Dafür sind die Aufträge echt gut. So. Stursch ist weggeflogen. Ist hier was? Hinterm Berg. Das muss aber noch vor dem Berg sehen. Was ist denn hier? Oh. Moment. Ich habe Kräuter gesehen. noch mehr? Ja. Ignorieren wir das Schaf. Erstmal. Na gut. Hüpfen wir über den Berg. Kann nicht sein. Wie weit ist dieses Schaf gerannt? Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sprung. Au. 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 Stursch. Da. Schaf. Erstmal. Kräuter mitnehmen. Gott sei Dank. 600 meter hinter dem berg es ist noch nicht dunkel vielleicht können wir doch noch ein paar baumstämme holen die leute glaubt was ihr wollt du hast mein schaf gerettet vielen dank hier ist ein schaf so geld her gurkensamen bekommen so geschäftspartner aktiviert alter holztransporter jawohl uhrzeit 19 uhr da können wir noch ein bisschen arbeiten nach täglichen quests speichert das spiel automatisch das ist immer ganz nett wir müssten hier noch ein paar stämme rumliegen oh ja einige fangen wir mit den kleinen an drauf beziehungsweise mit den mittleren das sind zumindest noch nicht die wucht brummen die wir sonst manchmal haben da bin ich mit der kamera einfach nur viel weiter weg als sonst wobei der sieht schon ein bisschen grösser aus das ist das ist das ist kommento zwerg Äh, Licht anmachen Habe ich noch ein Arbeitslicht? Jawohl Passt Wackelt Na Und hat Luft Und sieht alles stabil aus Nur weil irgendwas wackelt heißt das ja nicht, dass es nicht fest ist Beispielsweise ein Kuhschwanz, der wackelt auch Und fällt nicht ab So Ich sehe gerade schon wieder 20 Minuten Beenden wir mal die Folge hier Tschüss, Ciao, Bye Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal